Hallo, mein Name ist Olaf Jakobs. Ich arbeite beim NDR Fernsehen und dem Fernsehen wird ja schon länger ein jäher Niedergang vorausgesagt. Ich bin da unsicher, ob das wirklich so kommt und ich bin vor allen Dingen zuversichtlicher, seit ich die drei Köpfe hinter Spotgun kennengelernt habe, das nächste Startup, das sich hier präsentiert. Die hatten eine Idee, die das Fernsehen interessanter macht an den Stellen, an denen es möglicherweise nicht so interessant für den Zuschauer ist. Die drei kommen aus Stuttgart, können auch Hochdeutsch und haben sich hier auf den Weg nach Hamburg gemacht, um aus der Medienprovinz in die Medienhauptstadt zu kommen. Ich kenne sie schon, ich habe sie in unseren Gesprächen als Leute kennengelernt, die für ihr Produkt und ihr Thema brennen und ich freue mich, dass Sie die jetzt auch kennenlernen. Das sind Philipp Rottmann, Jürgen Gomeringer und Benedikt Herr von Spotgun. Ja, wo bleibt der Song? Normalerweise würde man den famousen Song von Bonanza hören, von Bonanza, von Bonanza, von Bonanza und vielleicht würde man sich über die guten alten Zeiten von Televizion ein langer Zeit. Aber jetzt würde jeder sagen, dass Televizion nur dead ist. Und die Publikation wird immer wieder älter und älter und die meisten von der jungen Leute verletzten die Linie TV von Netflix, Movie 4K oder YouTube. Ich verstehe manchmal nicht, aber fair genug. Also, viele Leute hier sehen die TV als ein alt-diva, die in der Vergangenheit leben und in der Vergangenheit sind, die in der Vergangenheit sind. Also, warum die hell die wir von Spotgunn einfach nur für diese Industrie für unsere Start-up für diese Industrie für unsere Start-up für diese Industrie? Let's have a quick look on the TV market. TV ist still one of the most effective advertising channels that you can use. Und wenn du willst, es ist still one of the most powerful ways to do it. In den letzten Jahren, mehr und mehr online-driven e-commerce platforms conquered the TV market for selling their products. Since they achieved four times the sales lift compared to online campaigns. But, talking about TV ads. For all of us, the commercial break is the most annoying moment when you're watching TV. But, let's have a look on how our users are reacting when the commercial break starts. Oh! What's going on here? We just turned in a really annoying moment into a funny situation where our users have fun. And, our users actually are really searching for the commercial breaks. But why? Because they use Spotgun. And, with Spotgun, you play against other people by guessing the brand behind the commercial. The faster you can. The faster you are, the more points you get. And, if you guessed the right brand, you get a trivia question which is related directly to the spot you see on TV. Which animal can you see in the spot? Or, what's the song called you are just listening to? So, we are building much more awareness for the commercial. And, we also offer creative tests live on TV. So, what we did is, we just turned the audience into clients. And, we offer brands the big chance to get directly in touch with their customers. Every user gets rewarded by downloading an app, subscribing for a newsletter. Or, just by liking a brand on Facebook. And, for every lead we create, we get cash. But, that's not enough. Spotgun is the very first tool, which verifies who got in contact with your TV commercial. In the future, we want to change the way TV shows are being watched. The idea is to connect brands with big TV events in a gamifying way. You heard about buzzwords like content marketing or branded entertainment. So, that's it. Yeah, we want to change, actually, the way TV shows are being watched and bring the TV onto a next level. So, together with our technology, we can detect every spot and every image of every TV show on Earth in between one and two seconds. And, this information we can trigger on every system like on our Spotgun app. We from Spotgun have three years of experience in the second screen market. And, relating and our background on the television market, the production and the distribution of content, we're a really strong and complimentary team. We want to raise 500k for increasing our marketing budget, for further development and to build up our team. And, together with you, we would like to come to bring the television onto a next level and to keep the show going on. Thank you.